Markus, ich mache einen Seriendruck mit Word und möchte, bevor ich das an den Drucker schicke, nochmal ein Dokument erstellen, wo alle drin sind, um zu überprüfen, ob alles passt. Nur wenn ich das Dokument zusammenführe, stimmen die Seitenzahlen nicht mehr. Was läuft falsch? Keines Problem tritt immer dann auf, wenn du eine Gesamtseitenzahl hast, so wie das in deinem Beispiel der Fall ist. Und dann musst du etwas anders arbeiten. Ich habe hier den Seriendruck und wenn wir in die Fußzeile schauen, dann sehen wir hier rechts auf der Seite Seite 1 von 2 und entsprechend auf der nächsten Seite Seite 2 von 2. Das ist erzeugt logischerweise mit der Word-eigenen Funktion, wenn ich da einen Doppelklick mache und dann in die Fußzeile gehe, dann kann ich da vorne die Seitenzahlen einfügen. Und wenn du das über diesen Weg hier machst, dann hast du genau dein Problem. Wenn ich nämlich dann zusammenführe auf der Registerkarte Sendung und hier auf einzelne Dokumente bearbeiten gehe und sagen alle, dann erzeugt mir Word ein Dokument. Und jetzt springe ich mal mit STRG-Ende ganz ans Ende und siehe da, dann gibt es da ganz komische Seitenzahlen, nämlich Seite 2 von 32. Was ist der Grund dafür? Der Grund ist, dass Word für die Seitenzahlen eine Feldfunktion einsetzt. Sichtbar machen können wir die mit der Tastenkombination Alt und F9. Und jetzt zeigt er uns da alles in geschweiften Klammern an. Alles, was geschweifte Klammern ist, eine Formel. Page steht für Seite und NumPages steht für die Anzahl der Seiten. Da wir das Dokument hier aber nachher zusammenführen, steht also bei NumPages entsprechend auch die Gesamtzahl aller Seiten des zusammengeführten Dokumentes. Was müssen wir tun? Dieses NumPages ersetzen durch Section Pages. Also Doppelklick da drauf, Feldfunktionen anzeigen und dann kann ich einfach da reingehen, das Namen rausschmeißen und ein Section davor machen. Und das Ganze natürlich auch auf der ersten Seite, nicht nur auf der zweiten Seite, drücke ich erneut Alt und F9. Es hat sich scheinbar nichts verändert, ist auch richtig im einzelnen Dokument, darf sich ja auch nichts verändern. Und wenn ich jetzt das Ganze zusammenführe, erzeugt mir Word mein Dokument, ich springe wieder mit STRG Ende ans Ende und siehe da, jetzt passt es, jetzt ist die Seite 2 von 2 und da vorne ist die Seite 1 von 2, jetzt passen die Seitenzahlen. 2. 3.